Hallo meine lieben Stiere, herzlich willkommen zu eurer Monatslegung für den April. Ich würde sagen, wir starten gleich rein und seid gespannt, was die Botschaft für euch ist. Habt viel Spaß! Hallo meine lieben Stiere, herzlich willkommen hier bei mir bei Soul Balance Tarot. Ich bin die Sanni und wir starten heute mit euch einen Blick in euren Monat April. Bitte bedenkt, es ist eine Kollektivenergie, es kann auf euch zutreffen, das große Ganze, einzelne Fragmente oder aber auch gegebenenfalls gar nichts. Wow, ihr seid flott ihr Lieben, ihr habt die Gerechtigkeit, Karma. Hier wirst du die Konsequenzen deiner Taten, auch Handlungen und auch Worte aus vergangenen Zeiten endlich ernten. Hast du Gutes gesät, wirst du Gutes ernten. Hier geht es um Kampf für Gleichheit und Gerechtigkeit, rationale Entscheidungen auch zu deinen Gunsten. Gib nicht auf, möchte dir hier die Gerechtigkeit sagen. Bleib am Ball, gerade auch mit der Nummer 8, ihr Lieben. Geht es hier ja auch um die Kraft und Stärke, vielleicht erfordert hier etwas deinen Mut, deine Ausdauer, deine Kraft. Ja wow, ihr habt das Ass Raphael, wie die lieben Witter. Das Ass der Kelche, eine positive, neue Erfahrung, erfüllende Liebesbeziehungen, profunde und nachhaltige spirituelle Erkenntnisse. Um Hoffnungen mit dem Stern, Wünsche, Heilung und Klarheit. Ein Traum wird wahr, glaube an dich, das Ende einer schwierigen Situation. So ihr Lieben, eigentlich nur eine Karte, aber ihr seht ja, was raus will, will raus und das soll es auch dann für euch dürfen. So, hier bekomme ich noch die Info, eine Karte von der Orakel der sieben Energien. Hoppala. Ihr Lieben, ich bedanke mich auch auf diesem Weg bei meinen Zuschauern aus der Schweiz, aus Österreich, an jeden Einzelnen. Vielen Dank für den Energieausgleich, eure Kommentare, eures kostenlosen Abos. Das hilft mir natürlich sehr weiter, um weiter Videos mit besserem Equipment auch machen zu können. Bitte seid so lieb und lasst mir ein kostenloses Abo da, wenn euch das Video gefällt. Ihr bekommt hier nämlich mit der 34, wer hätte es gedacht, den Schlüssel zu neuem Wissen. Schöpfe aus deinen unerschöpflichen Möglichkeiten. Siehe das große Ganze. Vertraue deinen Wünschen, deiner Klarheit, deiner Anbindung, deiner Hoffnungen, Herzensangelegenheiten. Hier wird mir immer wieder gesagt, bleibe am Ball. Du bist kurz davor, Gerechtigkeit zu ernten. Du hast hier tiefes Wissen, ja, mit der Göttin Athene. Vertraue auf die Botschaften, überprüfe deinen Glauben auch an das Universum. Mit der Nummer 5 haben wir den Hierophanten. Hier geht es um Verträge, Bündnisse auch, ne. Ehe, partnerschaftliche, lange Beziehungen. Du hast hier verborgenes Wissen. Und intuitiv wirst du Klarheit erlangen und deine Gerechtigkeit einheimsen. Ja, deine göttliche Weisheit, ihr Lieben, wird euch führen. So, und dann, weil die Farbe Lilla hier so schön für die Spiritualität versteckt auf dem Tisch ist, ziehe ich noch von meinem eigenen Kartendeck für euch eine wichtige Botschaft zur Charaktereigenschaft oder aber auch, wie ihr euch im Monat April fühlen werdet, was wichtig für euch ist. Vielen Dank. Verbunden und zugehörig, ne, wie wir schon gehabt haben. Überprüfe deinen Glauben, setze deine Neuausrichtung aus, geh auf die Sinnfindungsphase. Hier darfst du motiviert und begeisterungsfähig einem neuen Ziel, einem neuen Abenteuer, einem neuen Weg folgen. Und mega. So, wir starten mit dem Ast der Kelche und legen erst mal die Hauptkarten hier für euch hin. Wichtig ist, du bekommst hier Wissen, du bekommst Gerechtigkeit, wenn du motiviert bleibst und hier den Schlüssel zu neuem Wissen auch anwendest, nämlich deinen Hoffnungen und, ja, Glaubenssätzen, Glaubensmustern auch Vertrauen schenkst, hier positiv affirmierst, hier auch geheilt wirst, für Mäßigkeit und Ausgleich und Balance sorgst. Das Ende einer schwierigen Situation ist in greifbarer Nähe. Glaube an dich. Ein Traum möchte hier für dich wahr werden. Ihr Lieben, wir starten heute in dem Monat April mit dem Wide Away Tarot vom Los Carabeo Verlag. Ich verlinke euch die Karten immer unten in die Infobix, Infobox. Ich wollte auch mal sagen, du bist toll, mein lieber Zuschauer, meine lieben Zuschauerinnen. Deswegen habe ich es euch auch auf den Tisch gestellt. Ihr lieben Männer, bitte seid so lieb. Wir legen immer auch aus der Sicht einer Frau, sei so lieb und drehst dir um. Ja, geh hier in die Aktion. Triff dich mit Gleichgesinnten, mit Menschen, mit denen tiefsinnige Gespräche möglich sind. Öffne dein Herz, geh raus, hab Spaß, hab Leichtigkeit, hab Freude. Hier wirst du Grund zur Freude und zum Feiern haben mit den vier der Stäben. Du wirst deine Stabilität, dein Häuschen, dein Ankommen feiern. Du gehst raus, hast Spaß und du möchtest hier einen Abschluss von schwierigen Zeiten hinlegen und ein neues Kapitel, ihr Lieben, mit der Welt starten. So, das war noch die Zusatzbotschaft und dann starten wir mit eurem keltischen Kreuz. Jetzt sind wir mal gespannt, was der Monat April jetzt für euch bereithält und welche Begeisterung, welches Ast der Stäbe, welche Leidenschaft, welcher Seelenweg, welcher Funke hier auf euch zukommen möchte. So, wir starten mit der unterliegenden Energie. Ja, ihr Lieben, der Wagen, tatata, habe ich eben schon gesagt. Nimm die Zügel deines Lebens in die Hand. Vielleicht auch ein Widder für euch wichtig, weil ihr habt sehr viel Ähnlichkeit bis jetzt mit der Widerlegung. Vielleicht habt ihr diesen auch im Aszendenten oder im Mond oder Venuszeichen. Schaut es euch gerne auch mal an. Hier mit der Nummer 7 auch der Krebs könnte vielleicht wichtig sein. Geht es um den Wagen, um die Dualität des schwarzen und weißen Pferdes und des Pfingst sozusagen hier in Ausgleich zu bringen, einem Ziel zu folgen, voller Willensstärke und Kraft voranzugehen. Der Wagen, ihr Lieben, ist eine schnelle Energie und eine große Arcana-Karte. Krasse Veränderungen, Umzug, Reise. Ja, Umzug wird ganz laut gesagt, okay, hier startest du etwas Neues, vielleicht auch ein neues Auto. Der Wagen könnte auch für ein Auto stehen. So, wir schauen mal in eure Hauptenergie. Die Transformation der Tod. Ja, ein Stirb- und Werdeprozess. Altes darf hier gehen gelassen werden, geschlossen werden. Alte Kapitel dürfen abgeschlossen werden, denn du hast jetzt hier den Schlüssel zu neuem Wissen. Du möchtest etwas, wie wir es mit der Welt gesehen haben, neu aufschließen, dein Ast der Kelche in Empfang nehmen, glückliche Momente, Dankbarkeit, Zufriedenheit und hier deinen Wünschen, Träumen folgen. Wir schauen mal in die Herausforderung. Ja, Lug, Betrug, Unaufrichtigkeiten, Hinterhältigkeiten. Vielleicht hat sich hier jemand aus dem Staub gemacht, möchte sich davon schleichen. Vielleicht möchtest du dich hier auch aus deiner Transformation davon schleichen. Vielleicht möchtest du aber auch einfach taktisch klug vorangehen und dich gekonnt aus dem Staub machen. Vielleicht hast du Angst, hier etwas zu beenden, aber die Transformation wird hier stattfinden. Hier geht es meines Erachtens nur darum, dass du nochmal zurückschaust, wo du es mit Unaufrichtigkeiten zu tun hattest und hier quasi dich davon machst, bevor eine Sachessituation eskaliert. Ja, der ein oder andere schaut hier in Verbindungen, Verträge, Bündnisse, Kreisläufe, karmische Kreisläufe, wiederholende Kapitel, wo ihr hier eben immer euch vielleicht entweder selbst davon gemacht habt oder wo es ihr mit Ghosting zu tun gehabt habt oder aber ihr schließt jetzt ein Kapitel, ein wiederkehrendes Kapitel mit dem Tod von Lug, Betrug, Hinterhältigkeit, Unaufrichtigen, Menschensituationen, Angelegenheiten, auch von verletzenden Gedanken. Hier geht es auch um die Neubewertung von Gedanken mit der Zahl 7. Du darfst dich hier neu ausrichten und deine Verbindungen, Verträge und Partnerschaften prüfen. Ja, Hindernisse, Herausforderungen und Blockaden. Halte durch heißt hier eine positive neue Erfahrung, auch vielleicht eine erfüllende Liebesbeziehung kommt hier auf dich zu. Du darfst dich hier deinen spirituellen Erkenntnissen hingeben und darfst hier auf Gerechtigkeit vertrauen. Und Entscheidungen werden hier zu deinen Gunsten getroffen, gerade wenn es hier auch um Hinterhältigkeit gegangen ist. Ihr Lieben, wir schauen in eure Gedanken und in euren Fokus. Ja, ihr wollt hier etwas Neues starten mit dem Magier. Wunderschön. Der Magier, der wartet nicht mehr lang. Der geht hier voller Begeisterung gleich in die Aktion. Ihr habt alles, was ihr braucht, um eure Ideen, Visionen hier jetzt im Irdischen umzusetzen. Ihr könnt hier auf alles Gelernte vertrauen. Ihr dürft euch hier von Manipulation, von Hinterhältigkeiten entfernen. Und ihr geht vielleicht hier in die Affirmation und erkennt positive Einstellung, zieht Positives an. Der Magier ist der Schöpfer, Mitgestalter deiner Zukunft, sei Mitcreator. Du hast alle Werkzeuge, die du brauchst. Es ist wichtig, jetzt loszulegen und Altes und Unaufrichtiges ziehen zu lassen. Ja, öffne dich den Chancen und Potenzialen im Außen. Geh in die Öffentlichkeit. Geh raus. Triff dich, wie wir es vorhin mit dem Ritter der Kirche gesehen haben. Geh in Aktion. Folge deinen Hoffnungen, deinen Sehnsüchten und beleuchte deine Schattenthemen. Du hast hier intuitiv eine Anbindung, ein Bauchgefühl. Folge diesem und öffne dich. Der ein oder andere, wird mir gesagt, hat hier auch mit Gartenarbeit, Gartengestaltung zu tun, mit allen Grünflächen. Vielleicht möchtest du eine neue Idee, Vision im Bereich der Grünerschaffung, der Parkerschaffung von Anlegen, von Parks. So, da ist sie wieder, die Freundschaftversprecherei. Hier geht es vielleicht auch darum, eine neue Idee, ein neues Projekt, eine neue Kreation, kreative Phase umzusetzen. Wo kommst du her aus der Vergangenheit? Aus den zwei der Kirchen, Verbindungen, Verträge, wie wir es hier auch mit dem Ring haben, Partnerschaften, Bündnisse, wo man sich auf Augenhöhe begegnet. Die Frage ist hier, bist du schon jemand auf Augenhöhe begegnet? Hast du dein passendes Gegenstück gefunden? Hast du vielleicht ein neues Kapitel angefangen, einen neuen Vertrag unterschrieben? Ja, hier geht es um Wachstum, Veränderung, positiver Wandel, ihr lieben Stiere. Vielleicht empfängt der ein oder andere auch ein Kind. Der Storch bringt ja auch ein Kind. Du guckst vielleicht hier noch als Herausforderung, ob diese Taktik im Bereich der Beziehung, des Kreislaufes, der Partnerschaft, der Verträge gut für dich sind oder waren. Hier darfst du in die Transformation gehen und erkennen, deine Einstellung steuert deine Entscheidung, deinen Weg. Du darfst hierzu ganz klar in die Kommunikation gehen und auch Konflikten streiten, quasi die Stirn bieten und hier ein Hausputz betreiben und alles bereinigen, was ungesagt ist. Hier kommt Gerechtigkeit in dein Feld. Wir schauen auf eure emotionale Ebene, was beschäftigt euch im Unterbewussten. Ja, ihr Lieben, die Stärke, noch eine große Arcana-Karte. Mega! Schaut euch diese Reihe an. Große Arcana, drei Stück untereinander. Hauptmessage im April. Transformation, Stirb- und Werdeprozess, Veränderung, Abschluss von Altem. Ja, hier kommst du emotional in deine Kraft und Stärke. Du bändigst hier deine wilden Tiger-Anteile, animalischen Anteile, Triggerpunkte. Du kommst hier in deine Sanftmut und auch hier haben wir das Unendlichkeitszeichen. Ich finde es klasse, dieses Tarot hat eine besondere Message. Auch hier geht es um die Mitgestaltung von immer wiederkehrenden Kreisläufen, betreffend Partnerschaften, Beziehungen, Verbindungen, Verträge. Hier bist du aufgefordert, Mut, Kraft und Stärke zu investieren. Du bist auf Herzebene mutig und folgst deiner Vision. Wir nehmen noch ein Lenormand-Kärtchen. Ach übrigens, hier noch mein neues Lenormand-Deck von der Firma Bright Sky. Vielen Dank nochmal. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Ich liebe es. Diese Karten sind voller Strahlkraft, voller Positivität. Sie sprechen zu mir. So, eine Zusatzbotschaft für die Stärke. Um was geht es hier? Ja, um entweder einen Herzensmenschen, der dein Herz berührt, oder aber auch um einen Mann. Ihr lieben Männer, seid so lieb, dann ist es eine Frau, mit denen du hier etwas in der Vergangenheit neu gestartet hast, der dir vielleicht selbstbewusst entgegentritt, aber auch dir Kraft und Stärke gibt, weil du hier Altes beendet hast, Lug und Betrug, Unaufrichtigkeiten, Hinterhältigkeiten und jetzt wieder bereit bist, dich zu öffnen, zu empfangen, mitzugestalten und hier auch selbstbewusst deine Kraft und Stärke, deine Strahlkraft, ihr Lieben, die Sonne. Ich kann es nur nochmal sagen, ihr habt Ähnlichkeit mit der Witterlegung. Hier geht es auch für den einen oder anderen um einen jungen Mann vielleicht, der hier sehr kraftvoll und machtvoll in eurem Herz auch verankert ist. Ihr wollt hier rein in die Strahlkraft, in die Freude, in die Power und wollt auch Nachrichten verschicken. Vielleicht bekommt ihr ein oder andere auch Nachrichten, die euch emotional berühren, die vielleicht Schattenanteile triggern, die aber dazu da sind, damit ihr es schafft, hier einen neuen Schlüssel zu bekommen, um Herausforderungen zu überwinden. Folge hier einem neuen Weg, wird mir gesagt. Hier ist auch der Weg drauf, richte dich neu aus. Wie entwickelt sich eure Energie des Aprils in naher Zukunft? Weiter haben wir die drei der Stäbe. Ihr wartet hier auf den richtigen Zeitpunkt, ihr seid hier in der Erwartungshaltung. Ihr geht hier schon einen Schritt weiter ins Abenteuer. Auch die Stäbe stehen ja für die Motivation und Begeisterung. Ihr tut hier schon den ersten Schritt, rein in eine neue Entwicklungsreise, auf der Reise, euch persönlich weiterzuentwickeln, für Wachstum zu sorgen. Ihr richtet euch hier aus und schaut, wo wollt ihr hin, an welches Ufer wollt ihr gelangen. Auch die drei der Stäbe kann natürlich für eine Wartezeit stehen. Natürlich macht das hier mit dem Storch wieder Sinn, wenn der Storch etwas bringt. Dann dauert es auch seine zehn Monate, bis man hier das Ergebnis erwarten kann. Vielleicht geht es hier auch um die Veränderung und um einen Wandel, um einen Umzug, um eine Veränderung im Bereich der Partnerschaft und Beziehungen. Ja, hier gibt es Stress, unruhige Zeiten quasi, vielleicht auch Schmetterlinge im Bauch. Hier flattern die Vögel ganz wild. Vielleicht auch Nachrichten, vielleicht erwartest du auch Nachrichten. Ja, ihr Lieben, die Schwangerschaft wird mir hier wirklich wieder gesagt in Bezug auf ein Kind. Vielleicht möchte der ein oder andere aber auch einfach nochmal ein Kapitel komplett von vorne durchstarten, in Leichtigkeit hier, wie mit dem Kind in Lennormand dargestellt. Du wendest dich hier ab, guckst Richtung Sonne und lässt den Schatten hinter dir. Ansonsten sind hier Vögel, die für Nachrichten stehen. Du folgst hier deiner Hoffnung, deiner Sehnsucht, ja, und darfst hier für Klarheit und Heilung in deiner Erwartungshaltung auch sorgen und dich neu ausrichten. So, wir schauen mal auf eure Energie im Bereich des Todes, der Transformation. Ja, wow, ihr Lieben, ihr habt die sieben der Kelche in Reverse. Die sieben der Kelche stehen ja per se für eine Illusion, für Verwirrung, für Unklarheiten. Auch die Zahl sieben steht hier für die Neubewertung einer emotionalen Angelegenheit. Du bewertest hier neu, was du in der Vergangenheit gestartet hast. Du bewertest, ob dies deinen Wünschen, Visionen deiner Zukunft entspricht. Du bewertest auch, was stattdessen gehen gelassen werden darf und was dich hier aber emotional in deine Kraft und Stärke bringt. Denn, weil sie in Reverse rauskam, weißt du jetzt ganz genau, welcher Kelch der deine ist, was dich hier begeistert und motiviert und was du hier brauchst, um hinter Illusionen, Verwirrung und Unklarheiten zu blicken. Schauen wir mal, welcher Kelch soll es denn sein? Ja, hier geht es um die Klärung von Gefühlen und von Finanzen. Vielleicht hast du viele Möglichkeiten, hast vielleicht viele Optionen auch im Bereich der Liebe. Ja, weil wir hier auch das Ast der Kelche haben. Du hast hier Möglichkeiten, positive Erfahrungen zu sammeln, die dich glücklich machen. Jetzt hast du die Qual der Wahl. Welcher Kelch soll es denn werden? Welcher Kelch ist ehrlich? Welcher Kelch darf beendet werden? Du darfst hier in den Fluss des Lebens kommen, deine Gefühle anschauen und deine Finanzen. Ja, hier geht es um die Verstrickungen, um Ex-Partner, um Hinterhältigkeiten, auch um Machtmissbrauch. In integere Sachen wird mir gesagt, hier geht es auch um Verrat vielleicht. Hier darfst du prüfen und ins Vertrauen kommen. Wer meint es gut mit dir, wer nicht? Ja, du steigst aus, aus dem Labyrinth und distanzierst dich eben hier von vielen unklaren Optionen und Möglichkeiten. Höre auf dein Bauchgefühl, wird mir gesagt, im Bereich der Gefühle und Emotionen. Sorge für deine Stabilität und Sicherheit im Herzen und in Leichtigkeit. Folge dem neuen Schlüssel deines Lebens. Du wirst erkennen, wohin dich dein neuer Weg führt. Was kommt von außen auf euch zu? Wunderschön, die drei der Münzen. Hier haben wir Teamwork, Zusammenarbeit, gemeinsames Gestalten, Miteinander erarbeiten. Miteinander in die Planung gehen die Zahl drei vielleicht für den ein oder anderen wichtig. Hier geht es mit den drei der Münzen darum, gemeinsam etwas zu erschaffen und zwar zum Wohle aller Beteiligten. Schaust du auf die Arbeit und hast hier einen neuen Vertrag in Aussicht gehabt oder gestartet, weil du hier positive Veränderungen erwartet hast, kann es sein, dass du diese nochmal überdenkst, weil du vielleicht Hinterhältigkeiten entdeckt hast. Du richtest dich hier mit den drei der Stäben neu aus, weil dein Bauchgefühl unruhig wird und kommst aber dann von außen eine Energie ins Feld geworfen, die mit dir an einem Strang ziehen möchte, mit der hier wirklich Teamarbeit möglich ist und auch gemeinsame Projekte in die Umsetzung zu bringen. Es kann natürlich sein, wenn ihr viele Möglichkeiten habt, darum prüfe, wie heißt es, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet, bezogen auf alle Bündnisse, die es im Zwischenmenschlichen gibt. Ja, hier hast du Stabilität und Sicherheit, vielleicht möchte der ein oder andere ein Häuschen bauen, kreieren, ausbauen, umbauen, verändern. Hier geht es wirklich um die Gestaltung von einem Park, von Grünflächen, auch um hier sein eigenes Zuhause in sich und im Außen zu finden, um außen zu finden, Entschuldigung, ich bin schon wieder so schnell, aber es blubbert nur so, um hier mit anderen gemeinsam etwas zu erschaffen. Folge deiner Harmonie, deinem Frieden, deiner Leidenschaft, hier alles, was dich motiviert und begeistert, dem darfst du folgen und in die Aktion gehen. Auch für den einen oder anderen die Familie wichtig. Ja, hier ändert sich vielleicht was im Bereich der familiären Angelegenheiten, im Bereich eines Häuschens. Hier darfst du vielleicht mitgestalten, umgestalten und was Neues erschaffen. Wir schauen mal auf eure Hoffnungen, Wünsche und Ängste. Ja, eure Hoffnungen sind hier wirklich die Zehn der Münzen, das ist die Checkpoint-Karte im Bereich der Fülle, im Bereich von Familiengründung. Der ein oder andere möchte hier wirklich eine Familie gründen oder bekommt Nachwuchs, möchte etwas erweitern. Vielleicht habt ihr hier auch dann drei Kinder, weil die Zahl drei immer wichtig ist oder ihr möchtet drei Kinder oder es wird das dritte Kind. Ja, hier geht es darum, dass du in deine Fülle kommen möchtest, in deine Stabilität, in deinen Erfolg. Einfach ankommen bei sich selber, mit Menschen in familiärer Zusammenkunft ankommen und aber auch hier langfristigen Erfolg zu haben, das könnte deine Sorge sein. Indem du hier nochmal am Überprüfen bist, gibt dir diese Neuausrichtung auch langfristige Stabilität und Sicherheit. Rentiert sich dieses auch langfristig? Ja, hier habt ihr vielleicht mit einem Vaterthema zu tun oder mit einem sturen Menschen im Außen, vielleicht auch ein Chef, Trainer, Coach, aber auch vielleicht jemand wirklich auf Seelenpartner-Ebene, der hier jetzt mit euch an einem Strang zieht oder aber ihr sorgt hier jetzt für eure eigene Fülle und distanziert euch von Triggerpunkten, von Vaterthemen, von sturen Menschen, die hier immer nur ihr eigenen Weg oder Willen umsetzen wollten. Hier geht es um schicksalshafte Veränderungen mit dem Kreuz, ja, karmische Zyklusse, karmische Verbindungen, Verstrickungen, Herausforderungen, Umbrüche, auch um Mutterthemen, Vaterthemen. Du darfst schauen, ich kann es nur nochmal sagen, wieder, wieder, wo schlägst du Wurzeln, du fühlst dich entwurzelt, du darfst dich hier um deine Gesundheit auch kümmern, darfst dich neu ausrichten und schauen, wo möchtest du denn deinen Anker werfen. Vertraue hier deinen Erfahrungen der Vergangenheit, du hast hier Chance und Potenzial auf emotionale Erfüllung und wirst die Handlungen deiner Taten der Vergangenheit ernten. Hier ist Karma mit am Werken, entscheide rational zum Wohle aller Beteiligten und finde den richtigen Schlüssel, was dich begeistert und motiviert. Ihr lieben Stiere, wir schauen mal, wie geht der Monat April für euch aus? Hier haben wir die Königin der Schwerter. Ihr setzt gesunde Grenzen, ihr erhebt euer Schwert, ihr seid hier zur Königin der Schwerter geworden, weil ihr Erfahrungen gesammelt habt. Hier ist es wichtig, jetzt rationale Entscheidungen zu treffen, ganz bei sich zu bleiben, klar zu kommunizieren, seine Wahrheit und Klarheit auch zu leben und der Königin der Schwerter ist wunderschön, der ist egal, was Menschen im Außen hier von einem denken. Hier hat dich die Familie oder Harmonie und ja, wie soll man sagen, die Harmonie, die Verstrickungen im Bereich der Harmonie, auch im Freundeskreis, der Leidenschaft sozusagen einfach blockiert. Du darfst dich hier befreien und dein Schwert nehmen und für Klarheit sorgen, weil du hier als Energie schon die Transformation auf die Neubewertung hast, vieler Möglichkeiten, vieler Optionen und jetzt folgst du deinem eigenen Weg. Wow, und da haben wir sie nochmal, ihr Lieben. Mega, du folgst hier dem Stern und hier haben wir auch den Stern. Wo war er hier? Du folgst hier deinen Wünschen, deinen Träumen, bringst Klarheit in gewisse Angelegenheiten, richtest dich neu aus, begibst dich in deine Heilung, setzt gesunde Grenzen, sagst, kommt nur alle her, ich weiß, wo ich hin will. Hier kann es auch sein, dass du quasi dein perfektes Gegenüber findest, ja, hier haben wir die 28 und die 29. Hier geht nämlich die Verletzung in den Verlust, ja, hier wirst du die Ernte heimfahren, du wirst hier die Herausforderungen überwinden können und dich mit Sicherheit treuen, loyalen Menschen zuwenden, die dir hier gut zugesandt sind in Harmonie, Leidenschaft und dich vielleicht auch einladen und rausholen wollen, dich hier zu öffnen, in die Aktion zu kommen. Du darfst hier deinen Träumen, Wünschen und Hoffnungen folgen. Mega! Du bist toll, mein lieber Stier, du machst das wunderschön, du bist hier mit den drei der Stäben auf der Reise schon in eine neue Entwicklung. Bleibe am Ball, prüfe, was dich langfristig glücklich und erfüllt macht, auch im Bereich des Berufes, weil wir hier die Münzen haben. Hier geht es um neue Verträge, die du mitgestalten und kreieren darfst. Beende bitte alles, was hier nicht sich gut anfühlt. Sorge lieber in Emotionen für Kraft und Stärke. Ja, hol dir Hilfe und Unterstützung auch von außen. Vielleicht bekommst du auch Hilfe von einem Vater, von einem Bruder, von einem Freund. Vielleicht schließt du dich hier, weil wir die Teamwork-Karte haben, auch mit anderen zusammen. Auch vielleicht aus dem Bereich der Familie. So, ich hätte ganz gern einen Tipp für meine liebe Stiere. Ja, wow! Der Bube der Münzen. Schritt für Schritt raus aus den limitierenden Glaubenssätzen, raus aus Verhaltensmustern, die nicht die deine sind. Ja, das kann hier auch gemeint sein. Das ist nämlich die Transformation. Du befreist dich aus den Achterschwertern, aus dem Gefangensein in Gedanken, wendest dich stattdessen deinem Wissen zu, deine Chancen auf emotionale Erfüllung zu ergreifen und nimmst hier den Bube der Münzen, quasi deine Münze in die Hand. Hier kommen Nachrichten auf dich zu, vielleicht bezogen auf die Arbeit, auf ein neues Projekt, bezogen auf die Gesundheit, auf das häusliche Umfeld. Hier geht es darum, welche Münze nimmst du, welches neues Angebot greifst du, was bringt dir hier ein Fundament in kleinen Schritten. Auch bist du aufgerufen. Hier Schritt für Schritt auf dem Weg, deiner Beständigkeit zu folgen und deine Fülle hier zu leben und Klarheit umzusetzen. Wow! So, ich möchte gern noch eine Karte, ihr lieben Stiere. Und dann lassen wir den Monat April doch mal starten. Voller Motivation und Begeisterung. Vertraue auf dein Wissen. Du hast tiefes Wissen in dir. Du folgst deinen Sternen, deinen Hoffnungen und Wünschen und richtest dich neu aus. Auch wenn hier Kratsch und Tratsch auf dich zukommen oder auch hier viele miteinander schnattern, du wendest dich ab und wendest dich zu Menschen zu, die mit dir an gemeinschaftlichen Projekten arbeiten können. Auch die Ja zu einer Partnerschaft, die ja zu einer Partnerschaft, Beziehung sagen und auch die Ja zu einem Häuschen vielleicht sagen. Hier bekommst du eine positive Motivation. Wunderschön, du darfst auch hier deinen Sternchen folgen. Richte dich nach deinen Herzenswünschen neu aus. Ja, ihr Lieben, ihr seid hier im Schwebezustand, in der Transformation. Hier führen mehrere Wege jetzt zu einem neuen Portal. Das Licht möchte scheinen zu eurem Diamanten. Du hast den rohen Klotz schon in der Hand und darfst jetzt hier mit dem Magier deinen Diamanten mitschleifen. In Sanftmut, ja wow, das bedeutet auch die Karte Kraft. Hier zähmt sie nämlich den Tiger, die animalischen Anteile voller Sanftmut, voller Reinheit, voller Gefühl. Wende dich hier Schritt für Schritt deiner Neuausrichtung im Bereich der Gefühle aus. Ja, hier kommen auch zwei Elefanten zusammen, voller Sanftheit. Habt ihr euch hier vielleicht gesucht und gefunden. Die Elefanten sind ja harter Kern, weiche Schale. Für mich auch immer die Seelenpartnerkarten, auch die Synchronicitäten 2-2 vielleicht für den einen oder anderen wichtig. Hier geht es um etwas Neues aufzubauen, miteinander zu erschaffen. Bleibe am Ball. Glaube an deine Gerechtigkeit. Deine Wünsche, deine Träume werden wahr. Glaube an dich. Das Ende einer schweren Situation und Phase wird hier eingeläutet und ist in Sicht. Ihr lieben Stiere, in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Zeit, für euer kostenloses Abo, euer Vertrauen und freue mich auf das nächste Video mit euch und sage bis dahin und ganz bald Ciao, ciao, eure Sanni.